Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich bin gerade im Auto, wie ihr seht. Und ich bin gerade auf dem Weg zum Kieferorthopäden, wegen meiner Zahnspange. Und weil mich immer so viele fragen, dachte ich mir, nehme ich euch immer so ein bisschen vlogartig mit. Und werde euch dann am Ende erzählen, was dabei natürlich rausgekommen ist. Ich habe den Kieferorthopäden ja gewechselt und einige fragen mich immer wieder, warum ist deine Zahnspange immer noch drin oder warum kommt sie nicht raus. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass ich sie schon seit drei Jahren trage. Und das war so alles überhaupt gar nicht geplant. Also der Kieferorthopäde hat mir damals gesagt, du wirst sie ein Jahr tragen und dann kommt sie raus und alles ist paletti. So, nach einem Jahr waren meine Zähne auch perfekt. Also wirklich, da war alles, was eine Zahnspange hätte machen können, war gemacht. Die Zahnspange hat wirklich alles getan und sie wäre bereit gewesen, raus zu können. So, aber genau zu dem Zeitpunkt ist meine Kieferorthopädin damals in Rente gegangen. Und ich habe einen neuen Kieferorthopäden bekommen, weil der hat wohl irgendwie die Praxis übernommen und dementsprechend habe ich dann einfach keinen neuen gesucht, sondern habe einfach diesen Kieferorthopäden dann bekommen, der die Praxis übernommen hat. Und der meinte dann mit mir Geld zu machen, also unnötige Sachen zu machen an meiner Zahnspange, an meinen Zähnen, die einfach nicht hätten sein müssen. Und ja, so ging das dann zwei Jahre und jetzt, dadurch, dass wir umgezogen sind, habe ich mir einen neuen Kieferorthopäden gesucht. Ich hoffe übrigens, die Kameraposition ist so in Ordnung. Das ist hier leider so hoch. Deswegen muss die Kamera so schräg stehen. Ich kann das hier leider gar nicht irgendwo anders hinstellen. Genau, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Mein, ich habe mir einen neuen Kieferorthopäden gesucht. Das hat ziemlich lang gedauert, weil ich hier in unserer Stadt schon einige kenne, bei denen ich auch schon mal war. Nee, vorher mit meiner losen Zahnspange, genau, ich hatte vorher nämlich eine lose Zahnspange. Und da war ich auch hier in der nächsten Stadt bei uns. Und der hat mir auch absolut nicht gefallen, der Kieferorthopäde. Und dementsprechend war es etwas schwierig, einen passenden zu finden. Ja, wir haben jetzt einen. Passend ist er absolut gar nicht. Denn, äh, ja, die Ärztin gefällt mir auch absolut nicht. Sie versteht mich nicht. Sie geht zu grob mit mir um. Das ist bei mir total schlimm. Ich bin, was meine Zähne angeht, sehr, sehr empfindlich, weil ich sehr, sehr viele Schmerzen habe. Und da kann irgendwie kein Kieferorthopäde mit umgehen, außer meine erste Kieferorthopäde. Denn die hat damit immer, ja, die ist immer so sorgsam mit mir umgegangen und hat das alles verstanden. Und, ja, kein anderer Kieferorthopäde schafft das im Moment oder schafft das vergleichsweise wie sie. Also ich mag ja Sonne, ne, aber beim Autofahren ist es echt schwierig manchmal. Also jetzt heute ein Termin und ich dachte mir, ich nehme euch mal mit, um euch denn gleich, wenn ich wieder draußen bin, ein Update zu geben. So, mein Lieben, ich bin jetzt wieder da, bin wieder im Auto, war gerade noch schnell bei Kaufland. Und ich habe mir erst mal was zu essen geholt. Ich hoffe, dass ich es gleich essen kaufe. Ich habe ziemlich Zahnschmerzen. Und habe mir eine Wassermelone gekauft, bei Kaufland gerade und was zu trinken, weil ich, ja, total Lust auf Wassermelone hatte. Und die gibt es dann morgen früh oder heute Abend oder gleich. Mal schauen. Ja, jetzt werde ich erstmal nach Hause fahren und euch, denke ich, auf dem Weg mal so das kleine Update geben und euch dann so den Tag noch so mitnehmen. Mal gucken, was ich noch so mache. Ich glaube, ich drehe noch ein Video, aber das weiß ich noch nicht so ganz genau. Genau, jetzt aber erstmal nach Hause. Ich habe keine Lust mehr. So, ich bin wieder zu Hause, wie ihr seht. Endlich. Ja, ich wollte euch jetzt kurz einmal sagen, was so beim Kifo-Dopino rauskam. Und zwar hat sie gesagt, in einem halben Jahr ungefähr wären meine Zähne perfekt und sie könnte nichts mehr daran machen. Also wirklich perfekt. Und sie könnte mir die Spange natürlich jederzeit rausnehmen, weil ich bin 80, ich darf es selber entscheiden. Aber ich habe ihr jetzt gesagt oder habe dem halben Jahr zugestimmt, weil sie dann einfach sagt, die Zähne sind perfekt. Dann gehe ich natürlich auch gerne mit den Worten daraus, dass es wirklich perfekt ist. Und ja, deswegen Zahnspange kommt in sechs Monaten raus. Möchte ich dann auch spätestens. Und heute habe ich einen neuen Bogen bekommen. Sonst alles beim alten. Und genau, es sind nur noch so ganz, ganz kleine Sachen, die gemacht werden, sagt sie. Heute zum Beispiel wäre der neue Bogen, der irgendwas oben noch machen soll. Und sonst, ja, nur noch ganz, ganz kleine Sachen, die sie macht. Jetzt bin ich nach oben gegangen in mein Zimmer, weil ich ein Paket bekommen habe und jetzt kurz ein Video drehen wollte, beziehungsweise zwei Videos. Und das werde ich jetzt machen. Ich werde jetzt hier meine Softbox und so aufbauen und das Video eben drehen. Ich habe jetzt gestern noch meine Schwangerschaftsumstands-Mode hier rausgesucht. Ich habe mir ja total viel bei H&M gekauft. Ich weiß gar nicht, ob ihr den Haul gesehen habt, aber ich habe noch nichts davon gedacht. So, Video ist gedreht. Hier sitze ich ja immer, wie ihr, glaube ich, wisst. Das Paket kam heute. Und dann habe ich hier noch ein paar andere Sachen gehabt, die ich jetzt abgefilmt habe. Und dann habe ich hier gerade unseren Fußsack in die Babyscheide gelegt. Ich finde das so schön. Es sieht so schön aus. Und ich kann mir schon voll gut vorstellen, wie eine kleine Babymaus da drin liegt. Richtig, richtig süß. Ich freue mich so unglaublich, wenn wir sie da drin nach Hause transportieren. Richtig, richtig toll. Hier steht auch schon Sanumi. Da habt ihr auch schon ein Video zu gesehen. Und hier steht einfach alles so ein Babyzeug. Und ich wollte jetzt einmal kurz noch ein paar Sachen sortieren, umräumen, gucken, was noch gewaschen werden muss. Weil einiges, ja, muss auf jeden Fall noch gewaschen werden. Hier habe ich ja auch die ganzen Sachen stehen. Die Kisten und so. Und hier oben habe ich jetzt auch noch bei H&M letztes Mal im Sale zugeschlagen, was Bodies und so angeht. Und, ja, muss ich eigentlich alles nochmal hier in die Kisten räumen und da nochmal aussortieren, was wir hier brauchen. Für das Babybauch-Shooting zum Beispiel, die irgendwie an Spielzeug oder so. Und die Koike-Sachen müssen auch noch gewaschen werden. Ja, und die Spucktücher brauche ich ganz, ganz dringend. Also, da habe ich jetzt auf jeden Fall einiges zu tun. Hier haben wir die Sachen zu sortieren. Hier haben wir auch noch so viel Kleidung. Ab in die Wäsche. Oh, das ist ja richtig schön mit den Sternchen. Oh, richtig schön. Sind das die Großen? Ja, das sind die Großen. Wow, riesig. Ab in die Wäsche damit. Ab in die Wäsche damit. Total cool. Ja, das auf jeden Fall in die Wäsche. Hups. Die Wäsche tun wir mal da hin. So. Dann kann das hier auf jeden Fall wieder rein. Hier haben wir auch noch, zum Beispiel die hier, muss ja auch noch gewaschen werden. Die Steifjacke. Hier haben wir noch Sachen fürs Kinderzimmer. Hier so eine Wimpelkette zum Beispiel. Hier noch die Kinderwagenkette. Obwohl ich die Kinderwagen auch mal langsam bereit machen muss. Den kann ich auch eigentlich schon noch so einen Emeljunker machen, glaube ich. Hier haben wir auch noch so ein Spielzeug. Hier haben wir auch noch die Kette. Die wollen wir aber auch auf jeden Fall fürs Babybauch-Shooting haben. Komm mal hier mit hin. Das kann auch mal hier mit hin. Und dann haben wir eine Qualle. Und dieses süße Ding hier. Super niedlich. Können wir auch einmal dafür nehmen. Auch noch so Spielzeug. Das kommt auch noch hier rein. Ach, hier haben wir sogar noch ein Body. So, und dann ist die Kiste hier auch schon wieder voll. Oh Mann. So, ich habe ein bisschen aufgeräumt. Habe jetzt hier die Sachen so hingelegt, wie wir sie brauchen. Da drüben liegen jetzt die Sachen drin, die wir fürs Fotoshooting benutzen wollen. Der Karton hat da nicht reingepasst. Und genau, jetzt bin ich noch auf der Suche nach unseren Flaschen. Weil irgendwie kann ich die nicht finden. Denn die sind hier nämlich auf jeden Fall nicht drin. Hier ist der Baby-Cozy. Die Baby-Schale mit dem süßen Anhänger. Finde ich passt total gut. Und genau, da ist auch noch eine Kette dran, eine Wickeltasche und Babyzeug. Wir brauchen unbedingt einen Wickeltisch. So, da kann jetzt erstmal Licht aus. Und dann muss ich hier weiter sortieren. Hier habe ich nämlich noch das. Und ich muss unbedingt zur Post.